Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Hafenmarktturm. Hier stand mal ein Franziskanerkloster. 1688 haben die französischen Truppen die gotische Kirche aber niedergebrannt. Nur den Turm haben wir danach wieder aufgebaut. Aus Spenden der Bürger. Als Symbol des Wiederaufbaus. Dazu passt auch der Phönix auf der Turmspitze. Drinnen findet ihr das gefallenen Ehrenmal von Paul Bonatz. Jeden Tag um 11 Uhr und um 19.20 Uhr ertönt das Glockenspiel, um an die verheerenden Luftangriffe auf Heilbronn im Jahr 1944 zu erinnern. Und Hafenmarkt heißt eher wegen des Töpfermarkts, der hier einst abgehalten wurde. Denn Topf bedeutet auf Schwäbisch Hafen.